Bert, der Schwertkämpfer aus der Unterstadt. Norbert Nelte. In den Katakomben von Las Vegas. Vollkommen außer Atem hatte sich Bert in seinem Nachtlager unten in der Kanalisation von Las Vegas geflüchtet. Link 1. Video unbedingt zum Verständnis dieser Erzählung anschauen. In der Unterstadt tausend hunderte der Überflüssigen entlassen und aus ihren Häusern geworften. Hier flüchtete er immer wieder hin. Es gab hier schon längst keine Scherfs mehr. Die gab es nur in der Oberstadt, um sie wieder wie die Ratten hier runter zu treiben, damit die Touristen nur das Glitzer Vegas zu sehen bekommen. Aber lassen wir ihn selber sprechen. Zitat. Ich wischte das Blut vom Schwert an meinem Schlafsack ab und kontrollierte das Putzergebnis. Ich wusste ja nicht, ob einer über den Jordan gegangen ist und die Bullen hier auftauchen. Aber die wagen sich nicht mehr hier rein. Der Gast von der Nachbarjungen leuchtete mir bei der Inspizierung des Schwertes mit seiner Taschenlampe. Ich war vom Kampf eben noch ganz geschockt und in diesem Moment filmte mich gerade eine Reporterin aus Germany und stellte komische Fragen. Somit, wie nannte sie das nochmal, Arbeitslosengeld, Jobgarantie, Mindestlohn und sowas. Ich weiß nicht, wovon die spricht, auch wenn sie guten alten Texas-Lang redet. Ich habe schon die meisten Wörter vergessen. Hier unten reden wir nur Telegram-Stil. Da braucht es nicht viele Wörter. Okay. Ich wollte mir gerade von meinem Kartoffelbeet neue Kartoffeln holen. Da kamen zwei Jungs die Straße aus Phoenix runter und sahen mich meine Erdäpfel rauspulen. Mann, da fragt mich doch der Größere, ob sie auch ein paar haben könnten. Sie hätten schon seit Tagen außer Regenwürmer und Ameisen nichts mehr gegessen. Das letzte anständige Dinner war eine Ratte, die uns in unserem Tunnelblock in Phoenix nachts über die Bäuche lief. Link zwei. Sorry, erwiderte ich. Die langen leider gerade mal für mich. Die Wohlfahrtsorganisation mit ihren Lebensmittelspenden kommen ja auch nicht zu uns in die Katakomben. Und zu ihnen rauf dürfen wir nicht mehr. Fünf Kartoffeln pro Kopf, das höre ich heute noch. Diese Leute hier hatten keinen amerikanischen Traum mehr. Mein Kartoffelbeet liegt zwischen dem Bahndamm und dem Highway. Müsst ihr wissen. Ich hatte extra Büsche um das Kartoffelbeet gepflanzt, damit man das nicht so einsehen kann. Aber gerade heute war ein Schneise von den Büschen eingegangen und so konnten die Burschen mich sehen. Verdammt, kaum habe ich mein Sprüchlein aufgesagt, da haben die sich mit gezückten Messern vor mich aufgebaut. Ich habe, seitdem ich in der Unterwelt lebe, immer mein Schwert griffbereit neben mir liegen und hielt sie damit auf Abstand. Aber gleichzeitig griff ich mit der linken Hand mein Messer. Der Kleine umkreiste mich, um mich von hinten zu überwältigen. Da stach ich schnell zu, nach vorne und nach hinten. Doch nicht mit Zwörtwort. Aber Tatsache, das war nur Notwehr. In diesem Augenblick kamen die Kumpels von denen und riefen, was los sei. Einer röchelte noch, was von abgestochen. Da fingen die an, scharf zu schießen. Ganz fix verdrückte ich mich über den Bahndamm und bin jetzt hier. Shit, ich muss ein neues Kartoffelfeld finden. Hm, vielleicht hier in der Nähe, bei den Pueblos im Canyon, link 2B. Ja genau, da könnte ich ja auch wohnen. Und da lassen einem die blöden Banken mit ihren Zwangsräumungen Ruhe. Den kleinen Salon teilten sich damals zwei vorher selbstständige Friseure. Arbeitslose sparen zuerst am Haarschnitt. Ich war nämlich Friseurmeister mit Frau, Kindern, Fort und Haus und allem. Plötzlich waren da lauter Bauruinen. Casinos wurden geschlossen. Die Bauarbeiter, Gruppiers, Küchenleute und Hotelangestellten entlassen. Und plötzlich blieben meine Kunden weg. Job weg, Fort weg, Frau und Kinder weg. Und jetzt habe ich nur noch mein Schwert. Das ist alles, was von 30 Jahren Plackerei übrig geblieben ist. Bauruinen, wo immer neue Bettenbogen zu noch mehr Konsum drängen sollten. Ohne Boom und Konsum keine Jobs. Die Bauindustrie war immer ein Motor. Zwölf Millionen Familien sind schon aus ihren Neusern geworfen worden. Ein Sheriff überwacht die Zwangsräumung eines Hauses. Die Immobilienkrise macht alles noch schlimmer in Obamas Amerika. Immer mehr Hausbesitzer können ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen. Die Hauspreise sind abgestürzt. Die Bauindustrie liegt am Boden. Noch weniger Jobs. Geräumt wird oft Wochen nach Zahlungsverzug. Kreditkarte ausgereizt, Billigjob verloren, obdachlos. Mieterschutz ist ein Fremdwort. Sie wohnen in den Autos, im Zelt, in den Tänze, die Link 3 oder im Wald, unter der Brücke, Link 4, in der U-Bahn, in Fußgängerzonen oder wie wir in der Kanalisation. Das ist schon fast Luxus gegenüber allen anderen. Link 3. Wer keinen Schlafplatz auf der Couch bei Freunden findet, landet schnell auf der Straße in Amerika. Doch selbst da wird geräumt. Zwar freundlich, aber mit Nachdruck. Diese Bilder haben wir in Portland, Oregon gefilmt. Ich kenne ihre Situation nicht, aber ich glaube, das kann jedem passieren. Auch sie wird sich einen versteckten Schlafplatz suchen müssen. Wie viele landesweit obdachlos sind, weiß niemand genau. Doppelt so viele seit der Krise, schätzt diese Polizistin. Doch die verstecken sich, meint sie. Wer noch ein Auto hat, schläft darin, auf Parkplätzen in den Vororten. Medford, Oregon. Hier hatten wir Matt und Clinton gefunden, zwei obdachlose Jugendlichen. Matt war neu in der Stadt. Seine Familie lebt im Nachbarstaat. Ich unterhalte mich noch mit den jungen Leuten links neben mir. Mein Großvater wanderte 1926 aus Irland ein. Wir hatten noch irgendeinen Grund gehabt, in diesem fucking Amerika zu bleiben. Frage ich. Ich habe den vergessen. Yes, ihre Väter schwärmt immer von dem amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber jetzt sind sie auch von der Deutschen Bank aus ihrem Doppelhaus rausgeschmissen worden. Und die ganze Familie wurde in alle Winde zerstreut. Und da meldet sich Donald, der mit den Stars and Stripes über seiner Luftpatratze rechts von mir zu Wort. Zitat. Nein, sagt er. Natürlich denke ich positiv. Es wird in Amerika wieder aufwärts gehen. Daran glaube ich. Zitat Ende. Der war früher Präsident der Abwicklungsgesellschaft NCL. Da muss er so eine gequirlte Scheiße reden. Einfügung. Entschuldigt bitte, Börts. Fäkalsprache. Aber die sprechen in der Unterstadt alle so. Egal ob früher Rechtsanwalt oder von der Müllabfuhr. Einfügung zu Ende. Plötzlich hatte keiner mehr Geld. Auch für die Auflösung der Pleitefirmen nicht mehr. Und dann lief alles bei ihm wie bei mir. Job weg, Gertelag weg, Haus weg, Frau und Kinder weg. Und jetzt hat er nur noch die Stars and Stripes und die Luftmatratze. Aber ich bitte dich, Don. Wer glaubt denn noch heute auf den Aufschwung, wenn man ganz unten ist? In Amerika, in Europa, überall geht es abwärts, machen die Riesenschulden. In China machen die Regionsschulden. Und eine Inflation von 6%. In Indien 10%. Vietnam 22%. In Brasilien Inflation. Japan hat sowieso schon aufgegeben. Da wird nichts mehr aus dem Kapitalismus. Besonders, da der Markt nicht mehr ausgeweitet werden kann. Jetzt haben die in Minnesota Pleite gemacht. Und vorgemacht, wie es demnächst in ganz Amerika aussieht. Hier, ich habe den Schnipsel extra aufgehoben. Link 5. Zitat. Seit dem 1. Juli ist die Regierung in St. Paul nicht mehr zahlungsfähig. Im Haushalt schlaft ein Loch von 1,4 Milliarden Dollar. Zahlreiche Behörden sind seitdem geschlossen. Zwei Drittel der Beamten wurden in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Alkohollizenzen und Führerscheine werden nicht mehr ausgestellt. Lotterielose nicht mehr verkauft. Baustellen nicht mehr bebaut. Selbst die Nationalparks und die Rennstrecke sind geschlossen. Den Finanzminister kommt dieser Stillstand teuer zu stehen. Rechnet Thomas Dinsen, Ökonom an der Universität von Minnesota, vor. Die Lotterie spielt rund 10 Millionen Dollar im Monat ein. Weitere 4 Millionen kommen aus den Parks. Dass auch die Beamten, die das Geld sommiger Steuerzahler eintreiben, nicht mehr arbeiten, kostet sogar 50 Millionen Dollar. Außerdem geht das Aufkommen aus Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer führbar zurück. Zitat Ende. Und das gleiche jetzt in Washington. Link 6. Das wird Ihnen auch nicht helfen, dass Sie sich jetzt einigen. 4,4 Millionen machen die jetzt Schulden. Jedes Jahr 1,5 neue und 2,8 wie alte. Und da sind die Zinsen noch gar nicht mit eingerechnet. Im August fallen schon wieder Kreditausläufe von 500 Milliarden an, die dann zurückbezahlt werden müssen. Da sind die 2,5 Millionen Schuldenausweitung zum Jahreswechsel wieder weg. Dann fängt es wieder von Neumann mit dem Hickack. Wir haben derzeit schon 103% Schulden vom BIP und in ein paar Jahren, wenn die zweite Kreditscharge ausläuft, kommt die dritte und dann muss Amerika schon 7 Billionen jährlich zahlen. 7 Billionen jährlich, ohne dass dem eine Wertschöpfung gegenübersteht. Heute schon kauft nur noch die Federer, die US-Staatsanleihen und garantiert das mit unserem Pensionsfonds. Die sind schon bald alle und dann garantieren sie die Dollar-Druckerei mit unserem Basketball-National-Team. So wie die Spanier jetzt Ronaldo als Garantie eingesetzt haben. Link 7. Aber dann gibt es hier auch noch Revolte, wenn unsere Stars alle nach China verkauft werden. In diesem Punkt gab Donald mir recht, wobei er aber sonst immer an die Tea Party glaubte. Aber woher ich dann das alles wüsste, wollte Donald wissen. Naja, ich treffe mich öfters mit meinem alten Kollegen Ronald an der Grenze zur Oberstadt. Der hat einen Cousin mit einem Altmetallhandel und da hat er noch einen Job bekommen. Die kriegen das Alteisen von denen, die die Leitplankenschilder oder Gleise abschrauben und schicken die Containerweise nach China. Amerika stellt fast nichts mehr her. Container aus Asien bringen jetzt die Computer und Fernseher, die Navis und Rührmixer, ja selbst die Smartphones und E-Reader, die hier nur noch entwickelt wurden. Mit der Fertigung aber verloren die USA auch die Fachkräfte einen Teufelskreis. Zurück nach China vor allem gehen die Container dann leer oder beladen mit Altpapier, Metallschrott und Futtermitteln made in USA. Der Ronald liest immer im Internet, spricht auch German und liest dort die linke Zeitung, Link 8. Daher weiß er immer das alles und erzählt mir dann immer. Morgen treffe ich ihn wieder, mal sehen was er von meinem Plan mit den Pueblos hält. Also fuhr ich fort, werden letztlich wie in Minnesota Millionen Beamte, Sheriffs, Lehrer und 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 auf die Straße gesetzt und bei uns in der Unterstadt denn letztlich landen.